Hallo alle zusammen, wie versprochen kommt jetzt das Fire Emblem Let's Play. Da ich aber auf dem Visual Boy Advance spiele, könnte es sein, dass ab und zu mal die Musik ein bisschen komisch klingt. So, ich werde natürlich meine Daten löschen, weil ich neu anfange. Ja, nehmen wir 18x, löschen. So, neues Spiel. Okay, dann, ähm, ja, Start. Ihr seht, ich bin nicht wirklich vorbereitet, aber los geht's. Du bist ein Stratege, der die Länder von Eliebe bereist. Gib deinen Namen, deinen Geburtsmonat und dein Geschlecht ein. Nutze dazu das Steuerkreuz und den A-Knopf. Um mit der Kundenentscheidung fortzufahren, wählen, nein. Ja, ich möchte meine Infos eingeben. Ich bin dieses, ich bin nicht Marc, ich bin, wie ihr es bestimmt schon vermutet, Sino. Ähm, ja, in der Zwischenzeit kann ich euch ja schon mal erzählen, so, ähm, dass ich eigentlich Strategiespiele so ziemlich liebe. Ähm, ich hab im Oktober Geburtstag und bin natürlich männlich. So, mit Start ist Ende. Möchtest du diese Einschränkung übernehmen? Ja, das möchte ich. Böse Musik. Prolog. Ein Mädchen der Ebenen. Und am liebsten bei diesen Strategiespielen. Oh, okay. Ich spiel erstmal. Bist du wach? Ich fand dich in den Ebenen. Du warst ohne Bewusstsein. Oh. Ich bin Lin. Vom Stamm der Locker. Du bist hier in Sicherheit. Wer bist du? Kannst du dich an deinen Namen erinnern? Ja, ich heiße Sino. Dein Name ist Sino? Welch würdiger Name. Okay, ich spreche irgendwie falsch, ne? Aber soll ich dich nicht, soll ich dich nicht, aber das soll dich nicht bekümmern. Dein Name ist ein wertvolles Gut. Ich glaube an deiner Kleidung zu erkennen, dass du ein Reisender bist. Was führt dich in die Ebenen von Säke? Oder Sake? Sake? Möchtest du deine Geschichte mit mir teilen? Hm? Was soll denn der? Ich werde kurz nach dem Rechten sehen. Ich bin gleich zurück, Sino. Oh nein, Banditen! Sie müssen aus den Bergen von Biran herabgestiegen sein. Sicher, wollen sie die Dörfer in der Umgebung plündern? Ich... Ich muss sie aufhalten! Wenn dies alle sind, werde ich alleine mit ihnen fertig. Hier bist du in Sicherheit, Sino. Wie? Du willst mir helfen? Nun, kannst du mit einer Waffe umgehen? Ah, ich verstehe. Bist also ein Stratege. Ein eigenartiger Beruf. Wie dem auch sei. Lass uns zusammen gehen. So, also in diesem Spiel, wie ihr jetzt mitgekriegt habt, kämpft man selber nicht mit, sondern ist einfach nur der Stratege, der alle bewegen kann. Hier drüben! Wenn du helfen willst, Sino, ich könnte dein Rat gebrauchen. Ich werde dich beschützen. Bleib also in meiner Nähe. Okay, Informationen zur Einheit. Linn ist die blaue Einheit. Die feindlichen Einheiten sind rot. Sino, du erscheinst grün. Ah, okay. Grundsätzlich nehmen am Kampf blaue, verbündete Einheiten und rote feindliche Einheiten teil. Sie ziehen abwechselnd über das Schlachtfeld. Du fungierst hier als Stratege, Sino. Du betrittst das Feld nur bei besonderen Ereignissen. Deine Aufgabe als Stratege ist es, den Cursor auf blaue Einheiten zu platzieren. Oh, da kriege ich hin. Danach kannst du ihm Befehle erteilen. Ach, du Scheiße. Wähl nun eine Einheit. Platziere den Cursor auf Linn und drücke den A-Knopf. Spielzug. A-Knopf. Ich muss in die Nähe des Feindes gelangen. Du hast Linn ausgewählt. Wenn eine Einheit ausgewählt wurde, ändert sich die Farbe der Umgebung, so wie hier angezeigt. Linn kann sich innerhalb des blauen Bereichs bewegen. Bewege sie zu dem Feld mit der blinkenden Markierung. Platziere den Cursor darauf und drücke danach den A-Knopf, um diesen Schritt auszuführen. Und, und, und. Oh, verdammt, daneben. Und so wie es ist, weil auch verdammt. So, hin geht's. Ja, das sollte nah genug sein. Warten. Oh, oh. Der Benet hat mich bemerkt. Er kommt auf mich zu. Spielerzug. Rücken wir ihn auf den Pelz und angreifen. Okay, greifen an. Wähle Linn. Geschehen. Bewege sie zu einem Feld, das an den Standort des Banditen angrenzt. Um ihn zu attackieren, muss ich direkt neben ihn stehen. Okay, dann gehen wir mal neben ihn. Und jetzt, schschsch, und jetzt, Schlag zu. Wähle Angriff. Angriff. Eisenschwert. Oh. Na dann, Angriff Linn. Psyk. Daneben. Tja, schönen Bauch aufgeschlitzt und der steht immer noch. Das gibt's doch nicht, Mensch. Gegnerischer Zug. Ah, das tat weh. So, das tolle, das erste Level hier ist alles noch vorgesehen. Hier kann eigentlich nichts passieren. Also, das ist so, wie es jetzt passiert ist, ist es von den Machern gewollt. Ich habe gesiegt. Aber ich wurde verletzt. Ich brauche ein Heilmittel. Wähle Linn. Wähle Linn. Drüben bei dem Gär. Ja, drüben bei dem Gär im Westen laut noch ein Bindit. Du weißt nicht, was ein Gär ist? Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Es ist eine Art runde Hütte. Viele Nomaden leben in solchen. Überhausungen. Hmm. Ich sollte die Zeit nutzen und ein wenig erste Hilfe anwenden. Bewege dich zu dem Feld mit der blinkenden Makio. Geschehen. Ich habe ein paar Heide mit meinen Ranzen. Ich sage nichts zum Thema Ranzen. Morgens wieder Schule. Die sollten mir wieder Kraft geben. Würdest du mir bitte eines bringen? Öffne das ITER-Menü und wähle ein Heilmittel. Wähle danach... Also verwenden. Heilmittel verwenden. So, das erste Level hier passiert nicht viel. Wie gesagt, es ist nicht spannend. Ist nur sehr viel geredet. Das wird dann im Nachhinein auch wieder aufhören. Vielen Dank, Sino. Kümmern wir uns nun um den Maniten am Gär. Okay, dann gehen wir da hin und angräufe mit dem Eisenschwert. Für wen hältst du dich? Du hast keine Chance gegen Beta. Die Bässe. Das werden wir ja sehen. Oh, das tat weh. Das könnte knapp werden. Puh, er ist stark. Nun hängt alles von meinem nächsten Streich ab. Sino, sollte ich fallen? Versprich mir, dass du fließt. Du musst entkommen. Okay, krieg ich hin. So, ich werde dann, wenn ich mehr Zeit habe, nicht mehr so viel gequatscht werde. Wird auch noch mehr zu dem Spiel erzählen. Das kommt dann alles später. Und zack, ein kritischer Heap. Und das Ding ist gelaufen. Was? Wie, wie konntest du? Boom, erledigt. Und das war der Benid und Level Up. Also, man braucht immer 100 Erfahrungspunkte, um ein Level zu steigen, wie ihr gerade bemerkt habt. Und ich bin jetzt Level 2. Spielerzug. Das war knapp. Ich habe ihn schmerzlich unterschätzt. Es tut mir leid, sollte ich dir Sorgen bereitet haben. Ich muss stärker werden, wenn ich mich behaupten will. Stark genug, um gegen jeden Anstamm zu bestehen. Lin gewinnt mit jedem Kampf an Erfahrung. Hat sie genug Erfahrung gesammelt, steigt ihr Level. Durch einen Levelanstieg verbessert sich ihre Fähigkeit. Mit der Zeit wird sie noch viel stärker werden. Doch nun ist es an der Zeit, dieses Kapitel zu Ende zu bringen. Wähle Lin und bewege sie zu dem Tor, wo Bataar die Bestie zu verstand. Wähle Besetzen, um Linz und deinen Sieg zu verwirklichen. Kein Problem. Und Besetzen. Gute Arbeit, Sino. Lass uns nach Hause gehen. Vögel zwitschern. Guten Morgen, Sino. Bist du schon wach? Nein, ich tue nur so. Der gestrige Kampf hat dich sicher viel Kraft gekostet. Sag, Sino. Ich wollte mit dir etwas besprechen. In der Kunst des Krieges bist du nicht unbedarft. Das habe ich gleich erkannt. Würdest du mir erlauben, an deiner Seite zu reisen? Ja, von mir aus. Wie? Du möchtest, dass ich die Erlaubnis meiner Eltern einhole? Meine Mutter und mein Vater starben vor sechs Monaten. Mein Stamm, die Lurka. Sie... Nur wenige sind noch übrig. Banditen griffen an und sie töteten so viele Leute. Der Stamm wurde in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Mein Vater war unser Oberhaupt. Ich wollte mein Volk beschützen. Aber ich bin so jung und unsere Leute sind sehr traditionsbewusst. Sie würden niemals einer Frau folgen. Niemand würde mir folgen. Ach, es tut mir leid. Ich war so lange allein. Nein, es reicht. Keine Tränen mehr. Ich danke dir. Es geht mir schon viel besser. Sino, ich will... Ich muss stärker werden, um den Tod meiner Eltern zu rächen. Der Kampf gestern hat mir die Augen geöffnet. Wenn ich hier allein bleibe, kann ich niemals stärker werden. Sino, sag mir, dass du mich trainieren wirst. Dass du dich... Dass du mich mit dir ziehen lässt. Okay, von mir aus, wenn es sein muss. Du erlaubst es mir? Das ist wundervoll! Oh, vielen Dank. Wenn wir zusammenarbeiten, wird uns vieles leichter fallen. Du wirst mein Meisterstratege sein. Und ich, deine unvergleichliche Kriegerin. Wir werden es schaffen. Nicht wahr? Ziehe mit Lin in die Welt. Sino. Stehe ihr zur Seite und meistere die Kunst des Krieges. Erfülle die Aufgaben, welche dir in jedem Kapitel gestellt werden und hilfe Lin auf ihrer Mission. Schalte das Instruktionsfenster durch Drücken von Select ein oder aus. So, das war jetzt der Prolog. Ich hoffe, euch hat der erste Part des Let's Plays gefallen. Ich speichere hier jetzt. Vorher stoppe ich die Aufnahme. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann drückt Daumen hoch. Im nächsten Teil werde ich auch mehr eigenständig reden. Weil dann hoffentlich nicht mehr so viele vorgegebene Quatsche von den Leuten dabei sind. Ich kann mir jetzt gar nicht dazu, irgendetwas zu sagen, weil ich die ganze Zeit mitsprechen musste. Ja, und... Ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und ich mache jetzt einfach mal die Aufnahme, bevor ich weiter und ja sage. Also ich stoppe jetzt die Aufnahme, bevor ich weiter und ja sage. Und ja, das war schon wieder und ja. Jetzt zuhör, wie schön. Und ja, ich finde.